Juhu! Willkommen zurück! Crystal Island und diesmal sind wir mit der ganzen Kumpel hier. Einmal ein Eisspucken des Dingsbums etwas. Das ist Akuma. Das ist winkende schwarze. Bist du so dunkel? Ja. Achso, ich habe irgendwie gedacht, das wäre irgendwie der Schatten von unseren Tieren. Ist die Pau Pau. Und dann der Benni mit, was hast du denn da? Ein Tülle Coleo? Ein Tülle, genau. Und ich. Ich habe mir extra mein Honolulu gelbes T-Shirt angezogen, weil wir ja jetzt in die Wüste fliegen. Apropos Wüste, Pau Pau in meinem Drachen ist noch Wüstenrüstung für dich. Hör mir zu Mädchen. Ja, Mädchen. Achso, ja. So, jetzt. Schön. Hast du schön gemacht. Wollte machen Leucht. Nimm die mit, wir schmeißen mir gleich die ganze Wüste. Wir gehen nämlich jetzt griffenzähmen. Das ist schön. So, wir müssen ja eigentlich nur noch da. Vor allen Dingen haben wir alle Agentaves in dem gleichen Level. Ich weiß halt nicht mehr, in welchem Level der gestorbene Agentar ist. Habt ihr gesehen eigentlich, wie der gestorben ist? War das nicht durch den Skorpion? Ja, ich geh ins Wasser, komm wieder raus, kein Agentaves mehr da. Ja. Oh cool. Der quietschblau hab ich grad gesehen. Uh. Der ist übel. Der ist übel heftig. Der ist 108. Ich glaube, da weiß ich nachher, was wir zu tun haben. Weil ich finde den hier, den ich habe, gerade so schön. Der ist auch schön. Der ist aber leider gefärbt. Der ist halt dieses richtig quietschblau. Der hat die richtige Farbe. Und diese orange spitzen finde ich auch ganz cool. Das hier die Schlucht? Ich weiß das nicht. Nee, noch weiter. Noch weiter. Weil wie schnell der Drache weg ist. Wie schnell der Drache fuß ist. Heftig. Bin ich markiert? Nö. Grüfrau, das gehts dann auch schön schnell. Ne, du musst noch weiter an, ich müsste Akku machen. Kannst du bitte den Titano einpacken? Er rittet mich total grad. Oh, oh, oh. Ich hab ein Agentaves. Ich hab übrigens... Habt ihr schon mal den Agentaves Chibi gesehen? Ja. Den find ich voll hübsch. Der mit dem mega langen Schweif. Man muss ja aufpassen, wenn es ein Menschen ist. Soll man das so sagen. Ich hab so einen gerade. Ja, den find ich voll hübsch. Der mit dem mega langen Schweif. Oh, ich hab nen Baukampf von der Pump Action grad gekriegt. Cool. Cool. Müsste da hinten das Plateau sein. Sie sind den Tüppel hier unten. Benny. Da hast du Riffen, da hast du Riffen. Da hast du Riffen. Ja, da haben wir mir einen Spaß mit dem Stone erlaubt. Und dann schmeiß ich mich mal rein. Von hier oben. Ah, du kommst nicht mehr raus, ne? Nee, du hast gefühlt 2000 von Piranjas drin. Das ist vor der Piranha, das Piranha Becken. Ich bin da unten angekommen und da war ich schon tot. Also da vorne, diese ganzen großen Spitzenstein. Da müsste die Schlucht in etwa sein. Wir haben 112 bereits grad gefunden. Okay. Wir kommen gleich an. So nach der Folge. Hey! Von meinem Flügel runter. Oh, ich muss mal runter. Nex und Stamina. Oh, ich hab zwar noch ein bisschen aufbauen. Ja, Stamina macht schon langsam Konkurrenz mit Wasser und Essen. Mann, ich bin Super Mario gewöhnt. Der muss nichts essen und nichts trinken. Einfach rennen. Und rennen und springen, Mann. Immer nach rechts. Immer wenn ich mir, wenn mir ab und zu mal, irgendwann, wenn ja immer mehr angeboten bei YouTube, wenn du da mal auch so ein Video klickst von Mario, aber da Swift oder sowas oder irgendwelchen neuen Mario-Titel, die ich gerade so nicht kenne. Dann klickst du mal drauf, guckst dir die Folge an. Dauert keine Ahnung. Eine halbe Stunde bis Stunde sogar. Lässt dann einfach so laufen währenddessen. Und, hey Mann, sind die cool, die Teile. Und die werden mir immer wieder neue angeboten. Na klar, weil die finde ich immer wieder draufklick und immer wieder draufklick. Ist gut, wie sich Mario in den letzten Jahren so geändert hat nach Mario 64. habe ich eigentlich wirklich nichts mehr mit Mario zu tun gehabt. Also nicht mehr gespielt. Was schade ist. Außer... Ich habe bis zur Wege gespielt. Mario 64 ab und durchgesucht und spielt es gerade sogar wieder durch. Nur so. Ja, der momentan das Odyssey hier für die Switch. Genau da zum Rand, wo es in Richtung das Startergebiet geht. Jetzt folgt dir gerade. Du bist irgendwie langsam als ich, ne? Ja. Du hast ein Candy drin. Da kriegst du doch... Oh, stimmt, 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 stimmt. Meiner... Meiner sieht standard so aus. Die Kübchen nochmal angeschossen hat. Das hat sie letzte Zeit so in sich. Auf dem Ragnarok-Förer hat sie mich... Hat sie mich gehauen mit der Fackel. Währenddessen ich auf dem... Mehr oder weniger auf dem armen... Griffen stand. Shame. Wo seid ihr? Weißt du, wo die sind? Ja, wir fliegen gerade... Wir fliegen gerade also... Wird gerade gefressen. Von? Ja, guck mal, guck mal hier. Wir... Wir wollen direkt neben der Schlucht. Ach schon. Ja, ist nicht Schlucht. Das ist halt... Da fliegen eh übel viele rum. Werden schon noch viele. 20, 16... So gesehen jetzt hier auf diesem Plateau. Wenn wir dann weitergehen, dann kommt die Schlucht und da sind dann die ganzen Greifen. Glaub mit... Ja, mit Nestern... Müsste ja auch drinnen sein. Greifen Nester. Aber... Ich finde das immer so zu... Einfach zu schneller wechseln, ne? Von Argentavis zum... Zum... Zum Griffen. Ich finde den Argentavis eigentlich voll cool. Ja... 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 Okay, ich gucke auch mal nach einem. Boah, der ist schön, der ist grau-rot. Ja, dann hast du... Habe ich da hinten noch einen besseren. Ich glaube, den willst du gleich tauschen. Ich habe ja einen für dich. Blau-Weiß. Oh, okay. Ja, aber knüppel du den wieder, ich mach den ja. Ja, Sekunde. Wann, ich hab doch... Ich hab doch... Wo? Oh, das ist meine ich, tut schön. Oh, nee, jetzt komm... Geh mir hier so mehr auf. Nein! Ja, Pio, was heißt... Naja... Oh, der war 108. War knapp am Jerboa vorbei. Ganz, ganz knapp. Wo bist du? Sekunde Fuß. Ich bin hier einfach nur runtergeflogen. Und da, wo die Gryphons sind. Was... 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 Farmen gehen, Sekunde. Muss grad Stamina... Damit die wieder hochkommen kann. Zwei, dreimal Busch reingreifen. Die brauchen ja zum Glück nicht viel. Über dir ist noch ein hübscher 16er. Ja, den hab ich gesehen, aber ich will den 116er. Aber das will wir hier unten haben. So. Weißt du noch? Achso, weil eben noch... Hast du die Falle schon gemacht? Nee, ich wollte Fetsch fahren und dann hab ich gesehen, dass der halt angegriffen wird. Komm her. Komm her. Ja, da hab ich erst mal schnell den Juti gekillt. Sag, sag, dann treffe ich überhaupt nichts mehr. Los, friss alles, was ich habe. Hä? 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 Oh, hübsch. Mein Gott, ist der hübsch. Der ist gut. Also, ich hätte ihn lieber, äh, 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 in einer anderen Farbe gehabt als blau. Es ist nicht so meine Farbe. Aber so, ich glaub, für dich ist der ganz nett. Oh, ja. Der ist perfekt. Das ist hübsch, ne? Ja, guck mal. So sieht der aus. Die finde ich ja auch hübsch. Also, der hätt ich ihm stone geschenkt, aber der hat, glaub ich, schon einen. Oh, der ist nicht hübsch, der blaue. Der weiß ist einfach so, dass dieses weiß und dann dieses knall, äh, knallblau noch passt super. Ja. Da hast du noch einen. Oh, hier hast du noch einen? Ja. Der ist auch noch mal fast dieselbe Färbung. Nein, doch nicht. 108er. Mit den roten Hintern. Meins. Nee, nehm ich nicht mit. Neb mich überall rum und so von daher. Ja. Oh, hier sind auch 204er und 108er. Also, ich muss mal ein Foto von dem machen. Sekunde. Oh. Das ist, das ist, wie er so schläft. Ja, ja, ja. 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 wo der was die wochen heißt. Hamburger Fleisch und Schiebewerkzeug. Ja, weiß ich nicht. Pfannenwender. Du das mal. Du da keine Pfannen wenden. Das heißt aber Pfannenwender. Äh, oh, guck mal hier oben. Ja, ich hab schon gesehen. Grün Rot. Sieht aus wie eine Wassermelone. Äh, 6-3-0-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Also, du meinst allein innen drin? Okay. Ich war gar gar nicht, was ist denn jetzt kaputt bei dir? Äh, wo seid ihr? Wir sind eigentlich nur gerade durchgeflogen. Wir sind Koordinaten circa 70, 46. Was ist denn mit seinen Animationen kaputt? Also ihr seid doch... Was fehlt dir noch so? Decks... Ja, keine Ahnung. Ich hab's jetzt durch, glaube ich. Guck mal hier unter mir. Das ist knallgrüner. Hör mal lieber in die Richtung weiter, weil da hinten ist halt die Schlucht. Oder hier oben drauf. Ja, hier oben drauf wollte ich bauen. Also ich meine hier. Achso. Wo? Der ist aber direkt hier unter mir. Der ist so grau-braun, meinst du, ne? Nein, der hier. Wo ich gerade hinfliege, der ist grün. Wo guckst du denn nur hin? Ach, den hab ich gar nicht gesehen. Ich hab gesagt, das wäre eine Pflanze. Ach, der ist aber nur Level 16. Ach krass, ich hab echt gesagt, das wäre eine Pflanze und der greift dich an, ne? Ja, ja. Vielleicht zieh den mal raus und komm mal. Kann ich mal kurz einen Drachen nehmen für Wasser? Warte, ich hab drei Wasserflaschen bei. Hübsch. Schade. Ach, der ist auch so? So ein bisschen rot. Ja. Einen roten Bauch und unteren Flügel sind auch so. Ist im Drachen drin. Nett. Wo seid ihr denn? Unten an der Wildmann-Struppe? Oben, 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 oben. Seht ihr eine grüne Paracere? Paracere hab ich hier gar nicht gesehen. Okay. Dann seid ihr schon mal nicht mehr in unserer Nähe. Weil hier ist der Stamm der Paracere. Die laufen hier überall rum. An jeder Ecke. Dann sind sie vielleicht die andere Seite. Ja. Wir sind eigentlich nur von euch, also von Dex zu Hause aus, gerade ausgeflogen. Oh, ein Wirrwarn. Irgendwie ein Feuerwirrwarn. Sind sie das böse? Pass auf, das könnten die Bösen sein, ja. Wow, das sieht hübsch aus. Hört ihr nicht. Geiermann seid ihr. Hätte ich doch gesagt, so circa. Achso, hast du ja die auch. 70, 45 so circa. Okay. Oben auf den Bergen. 70, 45, oder? Dann bist du eigentlich vor mir. Soll ich hier vorne, hinter dem spitzen Stein. So hinter euch so ein spitzer Stein. Ja, mehr Haare. Das ist so ein bisschen aussieht wie zusammengeklebte Cornflakes. Ja, zusammengeklebte Snacks. Ja, so sehe ich es. Jetzt habe ich mehr Hunger bekommen. Ah, die Wirrwarn, äh, die, die, die. Die Werwarn. Die Greifenschlucht ist komplett voll. Also von da, wo Dex und ich gerade kamen, da fliegen auch für zehn Stück oder so. Wie gesagt, der rot-schwarze ist reserviert. Ja, wir können, an sich können wir ja auch mehrere Falle bauen, so wusste ich es nicht. Ich nehme alles, was da ist. Ja, wir können fahren, aber hier ist nicht mehr so viel in der Nähe, wo wir sind. Können die Alper alle abreißen zur Not. Komm mal mit hier. Ist das in der unteren Ebene oder ganz oben? Ja, ganz oben. Das höchste, wie es, was geht an. Das hat immer noch verfolgt. Ehrlich? Ja. Hier ist ein Griffin, der kämpft gerade gegen Scorpion. Hier ist ein Wolf, der ist rot-grün. Den schießen wir ab. Ah, komm, komm, den nehmen wir mit. Und dann gucken wir erst nachher auf das Level. Als Überraschung, komm, ich bringe dir mal mit und ihr schießen ab, okay? Okay. Mama, 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 Mama. Mama, 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 Mama. Jetzt komm mit, Frau Riech. Oh, der macht 108 Schaden. Ja, übelst geil. Er kommt, ja. Das Problem ist, ich muss jetzt nur finden, wo ihr seid. Währenddessen frisst der Wolf mich gerade auf. Aber es ist egal. Wenn du nach oben fliegst, beißt er dich nicht. Da ist den Drachen. Das ist halt ihr, ne? Ja, kann sein. Ja, ich helfe dich da. Ja. Okay, mach dir erst mal den Griffen und dann schmeiß ich den Wolf da rein. Okay, der Wolf hab schon gesehen wird das Level 16. Also, ist eigentlich... Nein. Hab ihn einfach. Er ist drin. Nicht, tüßen noch nicht zu. Pass auf. Mach ich dich nicht zu? Jetzt die... Ja, das ist mit dem Drachen nicht so einfach, der fliegt so schnell halt. Ach so, da ist doch gar nicht drin. Nee. Ja, er ist auf mich auch. Warte. Soll ich das mal machen? Mit dem... Mit dem... Nee, nee. Mach das. Na, komm. Das muss nur eine größere Runde fliegen. Nee, er ist daneben. Ach, der Drache ist so schnell. Den Akku? Ja. Ja. Jetzt ist er drin. Nee, ist daneben. Ich falle an. Äh... Nee. Was macht den, der? Akku? Nicht Akku. Ah! Ganz knapp daneben. Der Drache ist dafür denkbar ungeeignet. Also, ich biete mich gerne noch mal an. Nein, ich krieg das dann. Hab ich den Akku? Nein, nein, ich hab ihn abgenommen. Ich mach jetzt eine große Runde. Mit diesem Wurfen runterfliegen kannst du doch gut. Also, mit hoch und runter kenne ich mich aus. Also, das kann ich ganz gut. Ich kann euch gerne helfen. Komm, Kleiner. Na, also. Nee, nee, ist daneben. Achso. Oh, das ist hier ein, 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 äh... Eine Zicke. Ein visueller Effekt hier von, von Akku mal. Haha, drin. Nee. Vorsicht, Paul. Warum fängst du nicht drüber? Ist doch einfacher. Fängst du... Oder? Komm jetzt mit. Doch, jetzt wieder. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Ich lebe gerne dafür. Komm nicht runter. Nein. Ich komm nicht. Ich komm nicht runter. Jetzt so. Hallo. Alter. Der wollte, der wollte nicht absteigen. Ich hab's gesehen. Das sah voll lustig aus. Akku mal kleben mit Uhu. Voll fest am, am Griffen, äh, am Möbern. Sollte sich am besten mal einer hinstellen im Tor. Jetzt, äh, ja, jetzt brauchen wir hier irgendjemanden, der da drin... Äh, wird dann... Alter Drache. Alter Drache. Alter Drache. Was ist denn jetzt mit dem Drachen los? Der kämpft gegen den Adler, oder was kämpft denn der jetzt? Jetzt hat er Agro auf mich. Oh Gott, scheiß Schild, da kommt sie gar nicht hoch auf den Stein. Jetzt. Was macht denn der jetzt? Was hat denn der... Der versucht, den Vogel anzugreifen. Wo ist denn der Vogel? Der trifft auch nicht. Der hat doch wohl einen Vogel, oder was? Das ist so. Komm ran hier. Ach, der reicht schon wieder den Vogel an. Nehmen wir gleich den, den Alien macht das. Damit funktioniert es halt auch nicht besser. Doch, eindeutig. Ja, der Ali ist auch langsamer. Benni oder Dex, kann einer von euch den Bett bauen? Ja, mache ich. Danke. Ich muss mir das nur mal angucken. Ja, oben drüber ist besser, genau. Und jetzt ist ein bisschen nämlich auch ganz gerade drauf zu... Okay, jetzt zu. Tor zu? Ne. Bin ich da da drin? Okay, jetzt reicht es. Ich nehme mal kurz den Vogel. Oh. Willst du meinen? Reif. Ja, irgendeinen Vogel. Oh Gott. Komm mal runter. Der wieder nach oben. Ich gucke, ob ich Leder habe. Ja, Leder braucht dich gerade. So, jetzt kannst du gehen. Hau auf, du! Der wieder nach oben, mein Vogel. Komm mal mit hier. So, ich mach dir das in Betten. Ein Betten. Nein, dann Pflug. Nein, 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 nein. Ich muss nur ganz kurz ein bisschen Fasern. Oh, oder? Da. Fahr mal mit hier. Okay. Ich glaube, das müsste reichen für Betten. A-Bett. In the middle of the Wüste. Ich guck mal grad auf the position, wo du nicht aufgefressen werdest. Das wäre ein Traum. Er ist grad wieder aggro auf die volle. Jetzt komm noch mal, lass doch den Benni in Ruhe. So, du kannst spawnen. Guck schon mal auf die Karte, wo das ist. Dann 1, 3, 2, 1, gebaut. Dankeschön. Genau auf mein Kreuz. Genau auf dein Kreuz. Ja, mein Todeskreuz ist auf der Karte. Ah, siehst du mal. Wusste ich natürlich, das habe ich auch da extra dahin gebaut. War ja klar. Oh, ich muss wieder Wasser trinken. Wir sind ja jetzt in der Wüste, ist ja normal. Dann schavitzt man mir. Auf wen ist er denn jetzt aggro? Ja, kein. Ich brauche mich. Hasilein, komm doch mal mit. Wo ist er denn gebissen? Oh Gott. Ich brauche zuerst zu trinken. Ich guck mal erst die von hier oben an. Oder hat er eine Kantine bei sich? Ich habe auch hier Wasser, wenn du von mir Wasser haben möchtest. Auch hier wo? Ist zwar gelb, aber ist ein bisschen salzig. Vorsicht. Äh, ja. 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 Ich brauche mal Wasser von dir. Alles zu weit weg gerade. Ja, jetzt komm. Da ist keine gute Landeposition. Ja, jetzt komm. Da ist keine gute Landeposition. Da bin ich, glaube ich. Folgt er mir? Ja. 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 Das verdammte Hacke. Ja. Äh. Ich kann dir auch ein paar Ressourcen direkt mal reinschmeißen in den AG. Im AG, äh im Drachen müssten auch noch ein paar Ressourcen sein, ne? So ist es nicht. Ja. Stein. Das. Richtig Airline ist auch noch was drin, ne? Von der AG? Boah ist der hübsch. Wer? Kann ich besser. Guck mal. Mein Agentar was gerade mit der Fackel hat. Sieht ja aus wie Gold. Mhm. Ähm. Oh. Was denn? Er erklärt mir das mal. Ich wollte gerade sagen, es sind die über Kristalle. Wo ist denn das die Kristalle? Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, das sind die ganzen Kristalle, die die, äh, Griffins Mampfen, die, wir waren Mampfen? Nö. Nö. Ne, die kriegst du nur von den Drachen, die Kristalle. Die ganze Kristalle, die hier überliegen? Das ist schick. Ja, ich sehe es gerade. Aber voll ganz aus. Die kann so aufheben. Ja, das bringt nur Stein. Schade. Sieht aber voll hübsch aus. Sieht echt gut aus. Meifle, 20. 16. Boah, der ist ein blauer. Seid bitte gut. 16. 68er, ist das ein bisschen. Hauborn von noch einen 108er, einen 104er und ich weiß nicht, was wir sehen. Ja, also 204er und 108er fliegen noch rum. Ja, den 108er habe ich, den 108er habe ich gerade gesehen. Der ist rot. Ja, die genau den rot-schwarzen möchte ich gerne haben. Ich glaube, die Entwicklerin von der Map, die wollte glaube ich auch, dass es eine Griffin-Schlucht ist. Weil es fliegen ja überall diese Federn hier rum, die animierten Federn überall. Ja. Das sollte glaube ich so sein. Das ist so genannt wird. Da ist ein 104er. Oh nein. Wow, das war scheiße knapp. Wow, wow, wow. Abstand. Ich kann mal die Level von denen hier unten sehen, weil sonst könnte man die eigentlich mal töten. Level 16. 16, 36, genau. 36, 16, 20, 16. Ach, die kannst du alle wegschießen. Aber wie? Ach so. Da hinten sind 108er. Der 108er ist so. Der 108er ist so schwarz-weiß, äh schwarz-rote. Ja. Dann gab es dann noch ein 20er, ein 16er und ein 40er, die waren auch alle weg. Ah, komm mal. Wir sind nur erwähnt. Oh. Ist ja eigentlich mal hier. Ausdünnisieren. 120er Kano. Ähnlich lock ich mal runter. Aber höchst für die Kristallen. Das gefällt mir richtig gut. Sieht einfach nett aus. Einfach mal, mal so anders eben. Hm. Ich mag anders. Und Thomas. Der war auch anders. Der war auch anders. Der war auch anders. Aber anders gut. Bis denn, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge und wir suchen dann einen, versuchen den 108er daraus zu picken. 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 Er pickt uns gleich raus. Und ich glaube, ich fliege mal eine, eine Schlucht weiter, guck mal, ob da was anderes ist. Vielleicht wieder den grünen. Aber der war Level 16 oder so, ne? Ja, ja. Da ist auch ein Queetsch blauer, den würde ich sogar gern haben, aber der ist auch nur 16. Lohnt halt nicht. Naja. Okay. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Äh. Ach, die, man kann ja... Ah, ich kann ja jetzt moschen. Das kennt ihr doch gar nicht, ne? Ich komm mal vorbei. Hehehehe. Hehehehe. He. 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 He.